Also eine Endoskopie ist eine Spiegelung, bei der man mit einem langen Schlauch, dem Endoskop, durch eine natürliche Körperöffnung entweder den Mund oder den After in den Körper hineingeht und dann innere Organe sichtbar macht. Das Endoskop ist steuerbar und hat an der Spitze eine Kamera, wo Sie hochauflösend auf einem Monitor das Innere des Menschen sehen können. Untertitelung des ZDF, 2020